Na, da zusammen, hier ist wieder heute Abend, ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das bis jetzt quasi ein kleines Rätsel war und zwar befinden wir uns einmal hier in Saramortis und dort sind wir hier in der Mitte und zwar gibt es ein Hidden Toy, das wahrscheinlich seit Ende Shadowlands drin war und erst jetzt entdeckt wurde. Wir haben nämlich hier einmal erleuchteter Ruhestein und ja, das ist wie die meisten Ruhesteinvarianten einfach einer, der uns zurück zu unserem Gasthaus bringt mit einem netten kosmetischen Effekt drauf und wo wir den herkriegen, will ich euch jetzt mal zeigen. Als allererstes müsste, wie gesagt, nach Saramortis, hier in Shadowlands und dann haben wir hier in der Mitte quasi dieses Becken mit dieser riesen Kugel drauf und da haben wir so sechs Ecke und an allen sechs Positionen müssen wir einen Spieler positionieren, der ein anderes Toy hat und zwar Sphäre der Erleuchteten Grübelerei. Und das bekommen wir aus der Vorratskiste der Erleuchteten raus, das ist die Truhe des Erleuchteten Mittlers und das müsste die Paragon Kiste sein. Hat da eine gewisse Chance rauszukommen, habe ich auch sicher schon ein Video zu gemacht. Heißt, dieses Toy brauchen die Leute insgesamt sechs Stück, um das zu beschwören. Ihr müsst es selber nicht haben, ihr könnt nämlich am Ende das Teil looten, ohne das Toy zu haben, aber ihr braucht halt sechs andere Spieler, die quasi das hier mit euch beschwören. Gut, wie beschwören wir das jetzt? Wir brauchen quasi dieses Toy, diese Sphäre und dann stellen wir uns auf sechs Positionen auf und zwar sind die hier außen immer an den Ecken dran. Hier auf den Koordinaten 45, 55, dann 45, 51, 47, 50, dann 49, 51, 49, 55 und hier 47, 56. Und ja, ihr stellt euch quasi hier hin mit euren Leuten, macht dann am besten im Schlachtzug einen Timer, dass ihr gleichzeitig alle dann einmal hier diese Sphäre einsetzt. Und, achso, dafür muss ich sitzen. Sitzen, okay. Und dann klickt ihr das Teil. Und was passiert dann? Naja, wir schauen dann hier auf so eine Sphäre und fangen zum Grübeln an. Und das muss auf allen Plattformen quasi relativ zeitgleich gemacht werden. Und sobald das erfüllt ist, habt ihr dann die Möglichkeit, auf der Plattform oder beziehungsweise ein bisschen neben der Plattform, auf den Koordinaten 47, 56, quasi hier eine Kugel anzuklicken. Das ist so eine leuchtende Kugel, die könnt ihr anklicken und dann kriegt ihr einfach das Toy ins Inventar. Wenn das andere Leute gemacht haben, könnt ihr einfach hergehen, die Kugel anklicken und kriegt auch das Toy. So habe es ich tatsächlich gekriegt. Wichtige Randinformationen, diese Kugel soll anscheinend um die 10 Minuten da bleiben und man kann sie nur alle 10, 15 Sekunden anklicken. Also es kann immer nur einer anklicken. Und bei mir waren jetzt hier gerade 30 Leute dran gestanden, die alle diese Kugel angeklickt haben. Und ja, da war es ein bisschen schwierig, das Ding zu bekommen. Was ich empfehlen kann, sich unten dann hier hinzustellen, auf diese leuchtende Kugel Dauerklick zu spammen und was ich dann auch noch gemacht habe, so ein kleiner Bonustipp. Ihr könnt reingehen und zwar bei Tastaturbelegungen, dann Zielfunktionen und dann geht ihr hier unten auf mit Mouse Over interagieren und gebt hier einen Button. Und geht dann quasi her, fahrt über diese Kugel drüber, drückt sowohl mit dem Rechtsklick die ganze Zeit drauf, als auch mit dem Extra-Button, was ihr gebeindet habt. Ich habe jetzt mal äh gebeindet, weil man das eigentlich sonst nie braucht. Dann könnt ihr beide spammen, eure Maustaste und diesen Extra-Button. Ich finde eine Tastatur-Taste kann man halt schneller spammen. Und dann habt ihr eine bessere Chance quasi gegen die vielen anderen Leuten, wenn das bei euch ähnlich aussieht, das Teil zu kriegen. Genau, mehr ist es nicht und dann können wir das Ding hier einmal lernen und ich zeige euch mal, wie das aussieht. Und zwar haben wir das hier einmal und ihr seht, das ist einfach eine Ruhestein-Animation. Sieht ganz cool aus tatsächlich und auch relativ passend und wir haben hier auch diese kleine Kugel. So, brechen wir das ab. Ich will mich jetzt noch nicht wegporten und ja, damit sind wir durch mit dem kleinen Toy-Guard. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin, ciao!